Hi Fans, ich bin's wieder der Turboreini mit einem Video, wie ich dir zeige, wie du Audio verwenden kannst mit der Turbosounds App und dem Interface und auch den Vokalisten. Jetzt sagt er erst am iPad, das erste was du machen solltest, ist hier im Moment auf die Einstellungen zu gehen, dann hier links runter scrollen, bis die Turbosounds App kommt. Alphabetisch ist er ganz unten bei T, Turbosounds drauf tippen und dann siehst du hier die Anzeige und schauen, dass dieser Schalter Mikrofon eingeschaltet ist, damit du Audio oder Mikrofon verwenden kannst. Dasselbe beim iPhone, einfach hier auf das graue Einstellungszahnrad gehen, ganz nach unten scrollen bis die Turbosounds App kommt, hier ist die Turbosounds App drauf tippen und hier falls das Mikrofon aus sein sollte, einfach hier einschalten, dass das grün ist. Jetzt zeige ich dir, wie du ein Audiosignal oder Mikrofon mit dem iPhone verbindest. Ich habe dazu so ein mobiles MIDI oder Audio Interface von Gotwin, da ist ein Stecker dabei, da ist direkt mit einem Lightning Stecker drauf, da kann man auch ein Ladeteil noch ranstecken. Wichtig ist natürlich, dass du auch MIDI hast, da ist normalerweise ein Kabel dabei, da steht MIDI in, MIDI out, einfach da anstecken, damit du dein MIDI Akkordion oder Steirische verbinden kannst mit deinem Instrument. Kann sein, dass du noch so einen Übergang brauchst, so dass du hier mit deinem normalen Stecker reinkommst oder vielleicht passt er ja auch, das siehst du ja, genau. So, dann steckt man das einfach an und dann öffnen wir die Turbosounds App. Wenn man das einschaltet, siehst du schon hier, dass das Leuchten anfängt, also das ist verbunden, das wird jetzt geladen vom iPhone, man kann da auch noch ein Netzteil anstecken, aber das ist in einem separaten Video. Jetzt muss man praktisch einen Eingang zuweisen, ich zeige dir jetzt, hier oben sind diese beiden Eingänge, Gotwin 1 und Gotwin 2. Das ist der Eingang 1, das ist der Eingang 2, die sind verfügbar und die müssen wir jetzt auf diesem Mischer, also wenn wir in der Turbosounds App sind, auf den Mischer zuweisen. Ich lege jetzt einen neuen Kanal an, dass du siehst wie das geht, einfach hier drauf gehen und in diesem Beispiel verwende ich den Eingang 2, den möchte ich jetzt auf den Mischer ruten. Dann gehe ich einfach hier drauf, dann habe ich hier die ganzen Mischergruppen, ich habe da schon welche vorgelegt, ich nehme aber eine neue, ich nehme jetzt einfach die Gruppe 24, wähle hier das aus, somit ist dieser Eingang der Gruppe 24 zugewiesen, also muss ich da ganz nach hinten gehen, am iPad siehst du es dann, da ist es dann ein bisschen einfacher, da braucht man nicht zu viel umblättern, der ist jetzt scharf, das ist jetzt dieser Eingang, kann ich jetzt benennen, schreibe ich einfach rein, Gesangsmikrofon oder nur, ich schreibe mal Gesangsmikro, genau kann ich noch eine Farbe geben, geben wir in dem Fall braun, auch fertig, das ist das braun und der Gesangskanal, das ist der Gesangskanal, jetzt brauche ich hier noch ein Mikrofon, da nehme ich jetzt einfach so ein Shure SM58 her und mit diesem Funk, weil das schneller geht, dann brauche ich kein Kabel, einfach hier anstecken, bei der 2er Buchse einschalten, hier auch einschalten, so, der Funk ist aktiv, jetzt schalten wir hier ein, 1, 2, 3, dann siehst du schon, dieses Mikrofon, wo ich hier rein spreche, geht in Eingang 2 und der Eingang 2 geht hier auf die Gruppe 24, wie gesagt, du kannst einen anderen Kanal hernehmen, je nachdem wie es frei ist, dann müsstest du noch den Gain einstellen, das macht man hier oben, ist praktisch die Lautstärke, wenn ich hier abdrehe, dann kommt nichts mehr rein, wenn ich hier aufdrehe, kommt das Signal durch und wenn ich zu weit aufdrehe, also wenn ich lauter spreche, muss ich schauen, hier ist die Aussteuerung, dass das 1, 2, 1, 2, 1, 2, hier siehst du, dass das ins Rote rein geht, sollte nicht, wenn es bloß ab und zu ins Rote ist, nicht so schlimm, aber wenn es ständig im Roten ist, einfach runter drehen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sollte passen, somit sind wir fertig, dann wird der Vokalist noch angewählt, das zeige ich dir dann aber im nächsten Video. Genau, was ich noch vergessen habe, hier sind die beiden Ausgänge hier und hier fährst du dann in deinen Lautsprecher rein, somit, damit du dein Gesangsmikrofon über die Lautsprecher hörst. Es gibt da natürlich auch andere Medieninterface, das zeige ich dir auch dann noch gleich. So, dasselbe zeige ich dir jetzt auf dem iPad, mit einem anderen Interface, da habe ich das Zoom U24, ist auch ein sehr handliches Teil, da, das muss ich jetzt mit einem USB verkabeln und dann kann man ein Connection Kit, genau, haben wir jetzt da den USB-B-Stecker hier oben rein, hier sind die MIDI-Eingänge, also für dein MIDI-Instrument oder für deine steirische oder Akkordeon oder Örgerl oder was du hast, genau, und dass wir das mit Strom versorgen, kann man hier entweder ein Netzteil anstecken oder in dem Fall nehme ich einfach meine Powerbank her, dann brauche ich gar nichts mehr, das einschalten. So, und an diesen beiden Kabeln kannst du je nach Länge auch kürzen, da kann man ein Connection Kit und das am iPad anstecken. So, jetzt öffnen wir die Turbosound-App, du siehst auch hier, dass das iPad geladen wird, das wird jetzt geladen von dieser Powerbank da, genau, es geht aber auch mit dem Netzteil, dann die Turbosound-App öffnen, so, jetzt wird das ganze Ding eingeschalten, Power, du siehst hier ist das Licht da, jetzt machen wir dasselbe, zuweisen, hier oben drauf gehen, hier siehst du zum 1, zum 2, also das ist der Eingang 1, Eingang 2, weiß man, nehmen wir auch den 2er her, ich stecke jetzt da wieder das Funk-Mikrofon an, schalte das hinten ein, und hier auch einschalten, so, somit ist das scharf. Jetzt weiß man den Eingang 2, auch wieder Mischergruppe zu, ich nehme wie im vorigen Video die Gruppe 24, hier auswählen, ist Kanal 2 zugewiesen auf Gruppe 24, ja, fertig, hier kann ich umblättern, hier ist 24, mache ich dasselbe wieder, Gesangsmikrofon reinschreiben, dann schreiben wir es zusammen, geben wir die Farbe rot, gehen wir auf fertig, so, jetzt wenn ich da reinspreche, kommt das Signal, du musst das Mikrofon natürlich einschalten, 1, 2, 3, habe ich hier dasselbe, hier habe ich den Gain-Regler, 1, 2, das wäre jetzt zu weit, weil es hier 1, 2, Rotleuchte, das ein bisschen runtergehen, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, so, dass es nicht ins Rote geht, und kann hier dann noch die Lautstärke regeln, und hier ist die Gesamt-Lautstärke von dem Ausgang. Und da kann man, wie gesagt, während der Lautsprecher hier, Line-Out 1, 2, also links und rechts, kannst du deine Lautsprecher oder Boxen anschließen. Genau, vom Prinzip her ist es bei jedem Interface gleich, die Interface unterscheiden sich nur, ich mache jetzt das einmal wieder raus, nur von der Anzahl, also von den Eingängen gibt es also verschiedene, jetzt zeige ich dir noch ein Beispiel mit einem Interface von Steinberg, das UR242, wie gesagt, du kannst auch andere verwenden. Wichtig ist immer beim Interface, dass du grundsätzlich einen MIDI-In hast, für dein MIDI-Instrument, für dein Akkordion oder steirische, und wenn du Gesang oder Akkordion-Mikrofon oder beziehungsweise den Vokalisten verwenden möchtest, dass du auch Audio-Eingänge hast. Und dieses Steinberg hat hier vorne zwei Kombibuchsen, Eingang 1 und 2, also da passt der Klinke oder XLR-Eingang rein. Und das hat hinten auf der Rückseite auch noch 1, also Eingang 3 und Eingang 4, das sind Klinkenbuchsen, die kann man auch als Eingänge verwenden. Bei dem Steinberg braucht man jetzt allerdings ein Netzteil, das stecken wir jetzt mal schnell an, hinten. Und dazu brauchst du diesen beiden Kabel, also ein USB-B auf USB-A, und USB-A, also das ist ein Netzteil einfach, und den Kamera-Connection-Kit, diese beiden Kabel, das schließen wir jetzt noch schnell an, hinten bei USB rein. So, bei dem anderen fahren wir unten in Strom, jetzt muss ich mal schauen, ob das Kabel so lange reicht. Jetzt nehme ich das schnell aus dem Schoß, und es kommt hier rein. Genau, somit hat das Saft, das schalten wir jetzt hinten ein, das hat hinten einen Einschalter, dann leuchtet das Weiß. So, und jetzt verbinden wir da die Länge von Kabel, kannst du einfach in der Länge kaufen, wie du sie brauchst. Gibt es 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter bis 6, 7 Meter. Und jetzt zeige ich dir das nochmal so, ist jetzt praktisch kein Eingang da, nur das vom iPad, weil wir ja nichts angeschlossen haben. Und wenn wir jetzt das Interface anstecken, wird das iPad hier auch geladen. Und wenn wir jetzt drauf gehen, jetzt haben wir die vier Eingänge vom Steinberg, steht auch dabei. Steinberg, Uhr, 242, 1, 2, 3, 4, das heißt, Eingang 1, Eingang 2, Eingang 3, Eingang 4. Jetzt steckt man hier das Mikrofon wieder an, nehmen wir wieder das, wie von vorhin, bleiben wir beim Eingang 2, dann einschalten. Und hier einschalten, so, verbunden haben wir das, der Eingang 2 ist hier, das haben wir im vorigen Video, das habe ich gelassen, auf Gesangsmikro, auf Gruppe 24. Genau, gehen wir zurück, jetzt gehen wir da oben, falls das nicht angewählt sein soll, einfach hier auf 24 gehen. Hier ist das Mikrofon, jetzt schalten wir das ein, 1, 2, 3, ist schon da. Und hier eben dann auch einpegeln, das macht man jetzt bei dem vorne, da steht Input Gain, also Input 2, der Gain. Da drehe ich jetzt, da ist der Peak, also die Übersteuerung hier oben, 1, 2, 1, 2, 1, 2, das wäre jetzt zu viel. Wenn ich Laut spreche, jetzt muss ich ein bisschen runter, dass das nicht ins Rote geht. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, genau, so ist das optimal. Hier habe ich dann die Gesamtlautstärke ausgegangen und hier habe ich ja auch noch die zwei Lautstärkenregler. Genau, das war es im Großen und Ganzen mal zu den Vorbereitungen, bevor wir dann zum Vokalisten kommen. Und wie gesagt, welches MIDI-Interface das du verwendest, ob es gibt von Roland Rubix gibt es ein Interface, dann Steinberg sowieso, die haben auch Größe noch mit 8 oder mit 16 Eingängen oder von Presonus oder von Eirik oder eben wie gesagt dieses Zoom, einfach das auswählen nach den Eingängen, wie viel du brauchst und was dir am besten gefällt. Okay, beim nächsten Video geht es dann schon zum Vokalisten. So, jetzt habe ich mal alles angeschlossen über das MIDI-Interface, das heißt das Gesangsmikrofon ist am MIDI-Interface dran, mein Akkordeon-MIDI natürlich am MIDI-Interface, das rüber aufs iPad. Und wir haben ja in dem vorherigen Video schon gezeigt, da haben wir diesen Gesangskanal angelegt, wo dieses Mikrofon drüber läuft, über das Interface. Jetzt wollen wir den Vokalisten dazu verwenden. Spiegelt jetzt leider ein bisschen am iPad, das kommt vom Tageslicht, das kann ich leider nicht ändern. Genau, dazu einfach in dem Gesangskanal FX1 oder FX2, je nachdem was frei ist, drauf tippen, dann rechts oben auf das Ordner-Symbol und hier den Vokalist anwählen. Da erscheint dann dieses Fenster und da gehen wir jetzt die Einstellungen durch. Den drehe ich jetzt mal ganz nach links. So, jetzt muss ja der Vokalist, der erzeugt ja kopiert sozusagen oder nimmt deine Originalstimme als Vorlage her und kann weitere Stimmen mit deiner Stimme oder mit deinem Ausgangsmaterial erzeugen. Und dazu braucht der Vokalist die Informationen, welche Töne oder welche Noten soll der dazu singen. Diese Informationen bekommt er von deinem MIDI-Instrument. Also ich habe ja hier MIDI eingebaut, links und rechts, also beim Bassakkorden und auf der Diskanzseite. Und ich möchte, dass der Vokalist die zusätzlichen Töne erzeugt, die ich hier spiele. Dazu muss ich ihm natürlich die Information geben, von welchem MIDI-Kanal kommen die Noten. Das stellen wir hier oben beim Schraubenschlüssel ein. Da haben wir die Auswahl von den 16 MIDI-Kanälen. In der Regel ist der Diskanz-MIDI-Kanal, wo es auf der rechten Seite, bei deiner steirischen oder Akkordeon, egal, ist meistens immer der MIDI-Kanal 1, falls er andere ist, dementsprechend anwählen. Bei mir ist es Kanal 1, darum wähle ich den Kanal 1 jetzt mal an. Somit ist der Vokalist eingeschaltet. Der Vokalist arbeitet aber natürlich nur, wenn du hier auch Töne spielst. Also wenn du jetzt normal sprichst oder singst, passiert nichts. Wenn du jetzt Töne dazu machst, dann singt er diese Töne von deiner Stimme. Gut, das zeige ich dir jetzt mal hier. Jetzt gehen wir mal auf Fertig. Wie du siehst, er ist aktiv. Du kannst ihn jetzt mit Fingertipp ausschalten. Einfach kurz drauf, so ist er aus oder so wieder einschalten. Das wird aber beim Spielen dann problematisch, weil du ja unter dem Spielen nicht immer hindrücken kannst. Darum haben wir auch eine Fußschalterfunktion dazu gemacht. Einfach länger drauf bleiben beim Vokalisten. Auf Bearbeiten gehen. Hier oben auf den Schraubenschlüssel wieder. Und hier haben wir die Bypass-Funktion. Einfach da drauf tippen auf die Zeile. Dann kannst du mit der Hand einen CC-Befehl einstellen. Oder ich habe ja hier unten ein Bluetooth-Pedal. Da habe ich mir einen Taster, einen leeren Taster vorbereitet. Da drücke ich jetzt drauf. Dann wird der automatisch verknüpft. Da steht jetzt CC25 drin. Gehen wir auf Fertig und Fertig. Jetzt kann ich unten mit dem Fußpedal den Vokalisten aus- und einschalten. Weil das brauchen wir ja, weil wir sollen ja den Vokalisten nicht für das ganze Lied eingeschaltet lassen, sondern nur zum Beispiel für ein Refrain oder bestimmte Passagen. Und da kann ich mit beiden Händen dann spielen, singen und mit dem Fußpedal den Vokalisten aus- oder einschalten. Gut, jetzt gehen wir zu den weiteren Einstellungen. Dazu wieder lange auf dem Vokalisten draufbleiben. Auf Bearbeiten gehen. Jetzt machen wir mal das Noise Gate. Machen wir dann später gleich. Wir kommen zu dieser Zeile. Da steht Effekt-Lautstärke. Das ist eigentlich selbsterklärend. Das ist die Lautstärke. Da macht jetzt der Vokalist die Stimmen, die zusätzlichen oder die künstlichen Stimmen so laut, wie du reinsingst. Auf 100%. Das macht jetzt keinen Sinn. Weil wir wissen ja, bei einem mehrstimmigen Gesang ist die erste Stimme immer führend. Also das ist normalerweise die, die du original singst. Und die soll ja lauter sein, wie die zweite, dritte oder vierte. Und die zweite, dritte oder vierte Stimme soll ein bisschen dezenter im Hintergrund sein. Da kann man hier einstellen, die Lautstärke. Ich spiele meistens zwischen 39 und 43 oder sowas. Ist ja natürlich eine Geschmackssache. Ich mache es jetzt auch ein bisschen lauter auf 62 oder 63, dass man es hier im Video gut hört, wie der Vokalist arbeitet. Genau. Dann haben wir hier unten noch einen Schalter. Da steht Gesang schaltet gleiche Noten stumm. Was bedeutet das? Das heißt jetzt, ich habe hier erstens mal meine normale Stimme, also die Originalstimme. Moment. Das ist die Kamera aus. Schalten wir wieder ein. Sollte gleich wieder erscheinen. Jetzt ist es da genau. Also ich habe meine Originalstimme. Dann habe ich zusätzlich die Stimmen, die ich mit dem Vokalist erzeuge, die ich hier spiele. Jetzt gehen wir mal von einem normalen C-Akkord aus. Ich habe ein C, ein E, ein G. Jetzt würde der Vokalist ein C erzeugen, ein E und ein G. Jetzt singe ich aber in Natur diesen C-Ton. Singe ich schon. Wenn ich den also praktisch nicht über den Vokalisten auch noch zusätzlich erzeugt haben will, schalte ich diesen Schalter so ein. Dann ist praktisch beim Vokalisten wird nur das E und das G künstlich erzeugt und das C kommt von meiner gesungenen Stimme. Ich kann allerdings auch als Effekt das so eingeschaltet lassen. Das heißt, so erzeugt der Vokalist ein C, ein E, ein G. C. Und meine Originalstimme kommt auch noch dazu. Das hat also so ein bisschen Doppel-Effekt oder Doppelungseffekt. Ist eine reine Geschmackssache. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ich habe es am liebsten in dieser Stellung. Dann kommen wir jetzt gleich schon zu der Einstellung generell. Wir haben ja immer meistens das Problem, nicht nur beim Vokalisten, auch beim Midi-Spielen. Wenn man jetzt hier zum Beispiel Trompete, Clarinette drauf hat und man spielt selber, man zielt ja den Balk an. Dann haben wir den Naturton vom Akkordeon oder von der Steirischen hier sehr nah am Ohr. Jetzt höre ich den Naturton auch immer vorne raus. Das Publikum hört aber nur, in dem Fall Trompete und Clarinette. Dass ich das jetzt abstimmen kann, haben wir ja in der Turbosounds-App das Soundmodul für zeitgemäße Musiker. Da haben wir ja die praktische, kostenlose Funktion, die Aufnahmefunktion drinnen. Und somit kann man sein Spiel aufnehmen. Und das kann ich jetzt auch natürlich hervorragend verwenden, um die Einstellungen vom Vokalisten zu verfeinern. Ich gebe jetzt dazu einen Hall bei der Stimme und schalte dann die Aufnahmefunktion ein und nehme mal ein kurzes Stück auf. Als meines Kind war er geboren und so ist er ein Holzknecht geworden. Hall raus, Aufnahme aus. So, das sollte reichen. Du hast jetzt schon gesehen, ich kann mit Mikrofon spielen oder ich habe unten einen Umschalter, auch mit Bläser. Es geht beides mit dem Vokalisten. Und die Lautstärke, die ist vielleicht auch ganz interessant, die Lautstärke vom Midi ist jetzt nicht entscheidend für den Vokalisten, sondern die Lautstärke vom Vokalisten, also von den künstlichen Stimmen, wird rein mit deiner Gesangslautstärke gemacht. Wenn ich jetzt leise singe, la, la. Also der geht mit, ist unabhängig von der Midi-Lautstärke. Vom Midi werden die Noteninformationen geschickt, aber nicht die Lautstärke. So, wo haben wir hängen geblieben? Ja, bei der Aufnahme. Wir gehen jetzt unten auf den Midi-Player, dann links auf das Buch, dann auf Aufnahmen. Und jetzt ist die oberste Zeile immer die letzte Aufnahme. Jetzt hören wir uns mal an, wie der Vokalist klingt, von der Lautstärke her. Ja, das klingt doch schon super. Wie gesagt, der Gesang ist eigentlich ein bisschen zu laut jetzt, habe ich aber bewusst ein bisschen lauter gemacht, weil es ja um einen Vokalisten geht. Und die zweite Stimme würde ich jetzt noch ein bisschen runternehmen, also dann auf meine Testwerte so 39 bis 40 Prozent gehen. Genau. So weit, so gut. Das mit dem Schalter haben wir auch durch. Jetzt haben wir noch eine Sache. Jetzt haben wir oben hier dieses Noise-Gate. Was ist ein Gate oder Noise-Gate? Das bedeutet, wenn der jetzt ganz nach links ist, ist keine Funktion. Also das Mikrofon nimmt, auch wenn ich leise spreche, nimmt alles oder lässt alles durch den Mikrofonkanal. Jetzt kann aber sein, dass ich störende Nebengeräusche habe oder zum Beispiel, wie es beim Naturspieler jetzt ist, wenn einer Vollmidische hat und keine Stimmzungen, der kann diese Funktion ignorieren. Aber so wie bei mir, ich ziehe automatisch auch an, wenn ich Akkordeon spiele. Genau. Ich gehe jetzt nochmal auf Fertig, dass du das siehst. Und dann kann passieren, dass der Ton vom Akkordeon, der Naturton, jetzt zwar nicht über den Mikrofonkanal geht, den könnte ich jetzt ausschalten, aber es kann sein, dass der Naturton von hier, der Weg vom Akkordeon zu diesem Gesangsmikrofon relativ kurz ist, dass da der Akkordeonton ins Mikrofon reingeht. Das siehst du, indem du hier den Gesangskanal beobachtest. Und ich habe jetzt das Mikrofon ausgeschaltet und spiele jetzt mal etwas lauter mit dem Akkordeon. Da hast du hier an dem Pegel gesehen, dass das Akkordeon von hier aufgenommen wird. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst einfach dein Akkordeon-Mikrofon lauter machen, dann brauchst du nicht zu fest ziehen, sodass nichts rüber geht. So könnte man das machen, falls das nicht möglich ist, weil du einfach gewohnt bist, lauter zu spielen. Da kommt jetzt diese Noise-Gate-Funktion ins Spiel. Und mit diesem Regler jetzt kannst du einstellen, dass die Minimallautstärke, dass das Mikrofon aufmacht, dass die höher sein muss. Das heißt, das sollte so eingestellt werden, dass wenn du sprichst oder wenn du relativ leise sprichst, dass das Mikrofon noch aufmacht. Aber alles, was drunter ist, zum Beispiel der Akkordeonton, wird dann abgeschnitten. Und je weiter du mit dem nach rechts gehst, umso schneller schneidet oder mehr schneidet der ab, weil ja praktisch die Mindestlautstärke, die Anforderung höher ist. Jetzt kann natürlich eins passieren, wenn du den zu weit nach rechts hast, macht er deine normale Stimme auch weg. Jetzt zum Beispiel, jetzt geht es nur, wenn ich laut spreche, das wäre zu laut, gehe ich mit dem wieder ein bisschen nach rechts. Also einfach die Minimallautstärke so anpassen, dass bei deinem Gesang, auch wenn du leise sprichst, dass das noch durchgeht, aber dass das Akkordeon den Naturklang hier nicht mitnimmt. Das kannst du ja mit der Aufnummerfunktion einfach austesten ein bisschen und dann optisch auch übermachen, indem du einfach, da siehst du die Kamera schon wieder aus, indem du einfach hier das beobachtest, schaltest dein Mikrofon aus, das Akkordeon und spielst mal Natur und schaust mal, ob hier noch was rüber geht. Genau, so ist es eigentlich optimal. Also ganz eine tolle Sache. So weit, so gut, jetzt gehen wir da wieder drauf auf das Bearbeiten, da sind wir alle Funktionen durchgelegt. Was bleibt jetzt noch übrig? Genau, also wir haben den Vokalisten also sehr viel Zeit investiert, dass wir den so einfach wie möglich machen. Wir werden den später natürlich dann noch erweitern und ausbauen, aber wir haben ihn so jetzt gemacht, dass du so wenig möglich Aufwand hast zum Spielen damit. Und zwar brauchst du auch die Oktave nicht beachten, wo du spielst, weil wir das so gemanagt haben, dass der Vokalist die künstlichen Stimmen immer in der Nähe, an der nächsten Nähe von deiner originalen Stimme erzeugt. Das bedeutet jetzt, ein praktisches Beispiel, wenn ich jetzt ein E spiele, also ein E-Akkord, da haben wir mal einen Hall rein, das ist schöner dort. Wenn ich jetzt das ganze eine Oktave höher spiele, brauche ich nichts einstellen, weil der Vokalist bleibt unten in der Nähe von deiner Gesangsstimme. Genau, es ist so ein Hall wieder raus. Ganz eine tolle Funktion und somit kannst du voll loslegen. Ich wünsche dir viel Spaß damit, schick mir auch ein Feedback, wenn du willst. Genieße es und kleiner Tipp noch am Rande, verwende den Vokalisten bewusst, also nicht bei jedem Lied, das ganze Lied oder den ganzen Abend durch, sondern setze ihn einfach ein bisschen dezent ein an bestimmten Stellen, bei Refrains oder so, wo es passt, sodass er auch eine Wirkung kreiert, weil wenn er ständig drinnen ist, dann hat es, wie gesagt, weniger ist oft mehr, dann hat es nicht den Effekt. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß, alles ist es, so lange der Turbo Deine. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß, alles ist es, so lange der Turbo Deine.